hallo und herzlich willkommen zurück wir gucken uns also ich hab's mir schon mal angeguckt aber ich wollte mal zeigen was so ganz cool ist und dachte mir wir können ja auch mal so eintagsfliegen videos machen also so muss ja nicht immer gleich ein let's play sein oder so sondern einfach nur ein wir gucken rein und das ist doch auch mal ganz witzig oder und wenn dann vielleicht jemand mal sagt so der das würde ich gern weiter sehen dann können wir immer noch was machen von daher heute bonikon kass oder sieht jetzt weiß ich gar nicht hat so ein bisschen was von ps2 ps1 aber keine angst es wird besser es könnte auch es sein keine ahnung aber habe ich sie sind ganz andere als ihr jetzt denkt ja okay was für ein charakter probieren wir aus fernkampf oder nahe kampf was müssen wir machen um das hier zu kriegen das interessanteste können wir nicht machen na gut auf jeden fall nehmen wir ein hexer ich kann immer mal nicht so offensive ist kass defensive macht spaß fernkampf fähigkeit ist nice oder vermeidung mobilität elemente schatten feuer kälte gift sammelt seelen um fähigkeiten zu verstärken kann dämonen und untote beschwören plus zehn prozent auf alle widerstände der hexer ist ein mächtiger magier der die macht des schattens der kälte des gifts und des feuers einsetzen kann um große zerstörungen leid zu verursachen er kann auch andere dämonen und tote und andere unheilige wesen herbeirufen die ihm zu wählen sind der hexer trägt nur eine stoffrope hat aber die möglichkeit seine gegner mit seinen dienern und für hilfsfähigkeiten auf distanz zu halten oder entscheidet sich dafür seine verteidigung magisch zu verstärken und in den nahkampf zu ziehen was cool ist dass man auch nahkampf hexer spielen kann ich würde fast sagen es probieren wir mal aus oder hexer geh geh okay diesen haben gibt es bereits lasst für mich zufälliger name eckstein eckstein alles muss kopf mehr und alle nacht leid macht leidrich was passt denn zu einem hexer leid hat man auch wussten wir können immer eckstein na wobei naja so ein bisschen wiederholt sich auch gut mal dann nehmen wir einfach hier skelettor einfach noch mal helden naja guck mal normal die welt ist ein gefährlicher ort aber du bist gut vorbereitet empfohlen von neu erstellte charaktere auch wenn du ein veteran bist monster besitzt 100 prozent gesundheit und 100 prozent schaden legendäre gegenstände außer questbelohnungen und taschen werden in diesem schwierigkeitsgrad nicht zu finden sein tötung serien verleihen etwas erfahrung heldenhaft die welt ist zunehmend feindlich gesehen und du musst vorsichtig sein einen neuen charakter auf dieser schwierigkeitsstufe zu beginnen lässt sich langsame erfahrung sammeln daher ist es empfohlen erst ein paar stufen aufzusteigen monster besitzen monster besitzen 300 prozent gesundheit und 150 prozent schaden legendäre gegenstände und einzigereitige materialien können in dieser schwierigkeitsstufe von stufe 10 an und aufwärts gefunden werden minus 10 prozent auf alle widerstände plus 25 prozent glück bei magischer fund plus 20 prozent gefundene kristalle und plus 10 prozent erhalten 15 prozent erfahrung tötung serien gewähren eine beachtliche menge einer frau aber dann würde ich sagen fangen wir mal auf normal an und dann wenn wir 10 sind können wir ja rüberswitchen schauen wir mal betrete das chronikon gut dich zu sehen willkommen champion sei gegrüßt champion sprich mit mir um zu beginn oh deine erste prüfung besteht darin die verderbnis des gefahrenen tempels zu reinigen dieser tempel war ursprünglich als tempel des lebens bekannt und war zu seiner zeit aella der göttin des lebens geweiht aber durch eine verkehrte unglückliche ereignisse wurde aellas gläubigste anhängerin die hohe priesterin medella selbst durch ein für mächtiges verfluchtes amulett das sich unter den opfergaben befand verdorben die verderbnis hatte sie komplett eingenommen und die opferte ihre untergebenen in üblenden ritualen und verteilte so die verdorbenheit über den ganzen tempel wobei jeder anwesend getötet wurde deine aufgabe besteht darin medella in den tiefen des tempels zu finden und sie wie einst die alten helden vor vielen jahren zu zerstören vor allem akt 1 der gefallene tempel palm piu piu ok das ja fancy hallo gemma die die gems verwaltet zarek neue sachen schaust dir mal an wo ist das meine mit an dieses ein vor Ort ich dachte schon ich hab ja schon voll den kam taro was kannst du denn so sagen ach gott slow mo text kann es einstellen ja wobei das war schon recht schnell gerade ne ich hab schon an meine grenzen gestoßen hallo bastler was ist los es ist erledigt irgendwann vielleicht später versprochen ok cool der erfallene tempel ab geht's aha well 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 unser skill macht sehr seltsame geräusche also wir laufen mit wst und machen klick die klack mit links klick und befriedigenderweise gibt es recht viel loot schon kann das aufheben mit links klick ok das auch ich höre schon die fangemeinde oh gott also es wäre schon cooler wenn man so mitkriegen würde wenn man was trifft kann man irgendwie ausweichen ich weiß halt gar nichts wie gesagt ich hatte schon mal reingeguckt ist aber schon länger her und da war es eigentlich ganz lustig so viel zwischendurch aber ich dachte mal ich guck mal ob es was neues gibt und was überhaupt sache ist weil ich war ja wie gesagt nicht weiter also wie gesagt ich bin ein bisschen skeptisch was das hier Dingsbum ist man kriegt ja nicht so richtig feedback ob man getroffen hat oder nicht ein bisschen unbefriedigend können wir den bogen nehmen aber wir können der mini mehr bahn machen den bogen können wir natürlich nicht tragen wächteren gegenstand grafisch geht bin ich eigentlich ganz witzig ich mag eigentlich so also ich habe absoluten skill grafik und dieses kann auch echt geil sein und so ein bisschen erinnert sein halt an diablo finde ich oder halt alle arpgs in der richtung ich denke mal ich ich denke mal die shards sind halt eine eine währung die wir dann in der händler händler so das sind also die seelen die wir da sammeln dass da immer so zu uns wuscht schreien von göttinnen eilei begünstigt die göttin des lebens dich deine haut strahlt hitze aus ok kälte widerstand ok cool glott der gierige warum glotzt du denn so oh mein glott aber gott sei dank ist glott sehr gott sei es glaubt nicht so flott wow aber fancy skill hat er da hab ich ja da irgendwann nicht gesehen glott mach dich fort jetzt oh loot ist immer gut warte mal gibt es hier irgendwie was womit ich alles aufheben kann ne 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 ich kann aber speedy alles weg klicken aber wie in diablo kann man halt einfach links gedrückt halten also äh hier alt und dann kann man es aufheben also dann kann man sich die sachen anzeigen lassen und dann alles aufheben ich finde das spiel irgendwie cool also ja tab drücken ist nicht so geil ok inventar schauen wir mal was wir gekriegt haben scroll off kaltes schicksal damit können wir oh Junge das ist einfach 2900 dinger wert heftig ok cool also wir haben einen gewöhnlichen Stab ausgerüstet und wir haben jetzt den schmerzvoll Halbmondstab bekommen und den Stab der Dominanz Stab der Dominanz hat bessere Werte ich weiß aber nicht ich machen die vielleicht verschiedene Skills I guess wir probieren mal aus was der Stab macht achso ist dasselbe in grün ok hat er so keinen anderen Skill ne du denn ne das ist jetzt bitter aber wir haben aber eine neue Robe bekommen und was auch immer das ist ja bleibt ja dann aber eine Zeit schon bessere Werte so was noch cool neue Kapuze lots Münzen ok hat er mal coole Werte bei Treffer 25% Chance einen Kettenblitz mit 45% Blitzschaden auszulösen das klingt heftig achso achso wir können doch hier bestimmt verfügbare Fertigkeitspunkte ok cool also Korruptor Licht Dämonologe Schnitter und achso und das ist ja für alle quasi der Korruptor doch jeder Punkt den du in den Korruptor investierst gewährt dir Bonuswerte derzeitiger Bonus bla bla epidemisch hier sind Skills Slots I guess Gibt es eine Zusammenfassung ach man gibt es eine Zusammenfassung was achso Kälte Gift Feuer Schatten ähm er hat Gesundheit was macht denn denn die Skills Seelenbeere Seelenfresser schreiender Schädel Antis Todes Lebensernte Hucht des Unheils Grabsprengung klingt mal fancy rototower Seelenfalle Feuer Blitzfeuer ok da ist das halt logischerweise der Feuerkram gefrorenes Fleisch Kälte Speer klingt nice Seelenwanderung ah ein Teleport Totenhemd ok interessant verdärm Schädelbombe gezackte Speere was haben wir hier ach Gott Seelenverderber Seelenflug Seelenhexerei Gift Pest Fleischfreundes und Giftbolzen Blutflug hmm Frost würde mich glaube ich anmachen bin ich ehrlich können wir einfach so ein Skill aussuchen ist das jetzt unser neuer Skill wir haben zwei Punkte gell können wir zwei Skills aussuchen Wollen wir ein Teleport oder ein Totenhemd schon ein Teleport gell und hier kann man auch noch einen Punkt reinmachen oder haben wir jetzt beide wir haben beide Punkte für Skills benutzen ok cool ähm ähm ne warte wir haben doch aber achso das muss man immer noch gehen oder lalalala verstehe ok das so funktioniert das und den kann man jetzt linke Maustaste und rechte Maustaste äh öh zwei Meter weiter ok cool ist halt immer so verzögert Aber trotzdem, ist geil. Öh. Hau mal. Öh. Schwing. Schade, dass wir so eine leichte Bezügerung haben, bis das Skill kommt, aber... Wow. Und wenn wir das Level, kann man bestimmt weiterporten. Öh. Wenigstens haben wir jetzt so einen kleinen Indikator, dass wir getroffen haben. Das ist wahrscheinlich... Positiv. Lill. Ich frage mich bei solchen Spielen immer... Wie haben die die Synchro gemacht dafür? Haben die jemanden engagiert? Haben die einfach irgendwelche Assets für haben, die man kaufen kann? Oder haben sie sich hingesetzt und die sind aufgenommen? Und dann halt alle Geräusche so... Öh. Ah, okay, cool. Dann aber immer... Öh. Müssen wir eigentlich die ganze Zeit laufen? Ja, weniger. Also ich meine jetzt weglaufen vor denen. Ja, und euer keine Schnitte gegen uns. Oh, jetzt sind wir mehr. Wir machen halt noch keinen Schaden. Wir können ja einfach... Warum kriegen wir immer Mana zurück, wenn wir das machen? Das ist halt mega nice, ne? Damit kann man gut arbeiten. Das hat ein bisschen was von cooler wäre gerade. Können wir eigentlich durch Wände porten? Also hier so? Nein. Hier so? Not yet. Ne, okay. Hab's verstanden. Jetzt stellt euch mal vor, die haben ja ein Schwierigkeitshöher nochmal 200% mehr Leben. Das ist ja richtig heftig dann. Da stehst du ja eine halbe Stunde an so einem Bob dran. War ein Leichenflatter. Dann geben wir ihm mal nichts zu flattern. Wegen wir eigentlich irgendwas hier durch Kills, oder haben wir einfach so einen strongen Reck? Töp, 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 töp. Wir gehen mal hier hoch in den Keller. Oder runter in den Keller, besser gesagt. Ha. Ha. das ist richtig befriedigend und wir sehen scheinbar nur im alt also was wirklich für uns ist alles andere ist okay cool das hätte ich vielleicht mal machen sollen wenn hier hier wird sind die erste den drei kristallengehen sollen ein guter hat auch semi keine chance gibt es weil wir so gut sind ach so jetzt bin ich halt kameramäßig vollkack moment das fixen wir gleich weil ich wollte ja auch noch mal kurz reingucken ja wollte sich durchspielen ich muss noch ein bisschen aufpassen so ein bisschen schaden kriegen wir schon jetzt gerade und er hat ja ganz ohne höhere range als ich dachte hä wovon kriege ich ihn gerade eigentlich schaden ich bin vergiftet der vergiftet mich der übelriechende übeltäter oh Gott und es macht ganz schön schaden und geht ganz schön lange ok cool was das da liegt noch mehr das habe ich gar nicht gesehen das ist so ein moment kleinen moment genau besser so tada nö ich hätte mir erst meine eventual hier explizieren sollen das ist zum schaden müssen auch weiterspielen so ja noch ach so ich drücke immer ich drücke immer wieder hier die tabt hast du aber ich denke damit gibt es in der metall auch cool wir haben eine neue tasche das ist ein upgrade kein upgrade schwert das verkaufen auf jeden fall das ist ja mega geld ja 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 gut mehr coole sachen habe ich nicht bekommen das ist ja schade hier gab es doch bestimmt irgendwo ein cool es gibt ja ein sortiermich button können wir eigentlich zurück porten ich drücke immer diesen kacken scroll of sprint wiederkehren benutzen zwei wege portal zum chronikon zu setzen also können wir die heute jetzt hier stadt porten 9 hallo guck mal leute was ich hab blödsinn kann ich es verkaufen ja ich kann sogar alles auf einmal verkaufen die schrift soll jetzt auch weg nee hier ist es noch die hat da was jetzt hin na das ist es aber wie viel geld wir schon haben ist es 147.000 mehr testen wir können unser zeug zurückkaufen ok fette kapuze ja ne herr und sich nicht glaube ich ich glaube das lohnt sich nicht gehen wir wieder zurück so die drei steine 46 steine so ich dachte das war der zombie aber hier ist ja fett wenn sie musik auf einmal ich weiß gar nicht wie es heißt und ich kann gar nicht ich müsste mal schlafen gehen eigentlich so aber vorher ich möchte nicht sagen ich möchte das packen Jetzt kommt die fancy Mucke. Also, Rätsel. Tada! Nice. Und das sieht alles aus, als wäre es für uns. Und Tab gedrückt. Ja, nice. Unser Boom. Das ist nicht so gut wie unser Ding, was wir anhaben. Ein cooler Stab und das, was auch immer du bist. Chill-Tanz und Glatschen. Und das war alles. Cool. Mal gucken, weil jetzt ist mal die Frage, ist denn jedes Mal, ist denn der Basisskill immer derselbe? Können wir das jetzt quasi mal testweise woanders machen? Und dann... Ne, das ist immer derselbe, okay. Schade. Ähm... LMB. Cool. Aber zumindest ein coolerer neuer Stab. Hey, ich war hier schon die ganze Zeit in der Kiste. Ich wüsste... So. Also gut, kriegt man hier schon ein bisschen was. Okay. Bleib zurück, Sterblicher. Ach, süchtiger Geist. Hinter dieser Tür liegen die einstheiligen Hallen unseres Tempels. Ich kann dich nur passieren lassen, wenn ich weiß, dass deine Absichten wahrhaftig sind. Um dich zu beweisen, bitte ich dich, dem verdorbenen und abscheulichen Captain Moore ein Ende zu bereiten. Er residiert in seinen alten Quartieren in den Bach-Kasern gleich in der Nähe. Geh zu den Kasernen, finde die Quartiere des Käpt'ns und töte ihn. Nur dann lasse ich dich vorbei. Quest gestartet. Zu dienen und beschützen. Bach-Kasern. Dann gehen wir doch da hin. Hallo, Leute. Ich bin zu Besuch. Ich soll Captain Moore fragen, ob er mir Schlüssel gibt. Cool. Unser cooles Seelensammeln-Skill-Ding habe ich jetzt noch nicht so richtig auf dem Schirm. Vor allem die sind ja dann immer wieder weg. Jetzt gerade sind sie 05 wieder. Werden die dann automatisch verbraucht? Weiß man nicht. So. Unser Glück. Gebt mir mehr, Lu. Also bisher ist die Bedrohung noch nicht so riesig. Bisher können wir eigentlich fast die ganze Zeit, so lange die uns nicht vergessen, bisher können wir eigentlich die ganze Zeit eigentlich facetanken. Oh Gott. Bitte, bitte, wenn ich bin. Aber auch die. Wir brauchen mal noch einen zweiten Skill. Deine Hände ist nahe. Deine Hände ist nahe. Störe, du Zauber. Darum ist Lidernest. Habt ihr es gesehen? Schade, dass wir nichts Legendärs bekommen können auf der Schwierigkeit. Ach man, das Tab. Was war das Lidernest? Ich hoffe nicht, die Schuhe. Wahrscheinlich die Schuhe. Ah, der Stab. Nice. Die Schuhe. Brauchen wir Stufe 6. Also ein Level noch. Man will halt alles klein machen, wegen dem Lut. Also wegen den Steinen auch. Weil selbst wenn man... ja keinen fetten Lut da rauskriegt, kriegt man ja immer noch Währung. Währung brauchen wir genauso, denke ich. Ich schätze mal, so Tarotkarten sind nicht günstig. Dann muss man in jeden einzelnen auch reingehen. Wahrscheinlich nicht. Schade. Wahrscheinlich nicht. Und zwar ist, da gibt es EP. Ist es mega interessant zu gucken? Absolut. Ich denke schon, oder? Wahrscheinlich nicht. So. Geist. Der vergangenen Weihnachts. Die Lasergeister. Ich kann auch warten, guck. Ich habe sogar so einen coolen Schweifzahn hinten dran. Den hat hier nicht. Was ist denn das für ein Geräusch, Mann? Nein, der Winter ist voll. Nein, dann brauchen wir nochmal zurück. Wir haben gar nicht so viele Eulen, gell? Können wir die kaufen? Ich meine, wir haben ja genug den ganzen Jahr. Welcome. Ich meine, weiß können wir ja immer verkaufen, oder? Und blau. Hier war ja nichts mega cooles dabei. Temporärer haben wir nicht. Und das könnte eventuell, aber unsere Glotzmünzen sind eigentlich ganz nice, ne? Bis zu einem auch. Komm, weg damit! So, jetzt hier. So, können wir... Das können wir kaufen, ja. Kaufen wir mal ein paar. Ich meine, wir müssen ja scheinbar öfter verkaufen kommen. Gibt es eigentlich auch so einen Entzaubern oder so? Oder lag sogar was? Ich habe ja gesehen, dass da was hingedroppt ist, aber ich habe es gar nicht mehr gesehen. Dadurch, dass es so witzig war. Oh, wir werden wieder begrüßt. Kann man die nicht alle einfach zusammen sammeln so? Also hier so ein bisschen und hier so. Und dann die noch. Kann man die alle brüllen? Oh Gott, die sind dann bereuen, oder? Ja, die kommen gar nicht an. Ja, doch so ein bisschen. Jetzt kriegen wir auf die Masse. Okay, wir haben die Bankstuts. Zumindest haben wir die Krönchen. Ja, wir sind es wahrscheinlich Elite oder so. Ja. Ja, genau, die geht doch mal. Töte, Tausend und Wurde, Feinde. Okay. Ist wohl nicht in dieser Runde gewesen. Na, wie viel haben wir massakriert? 28. Ja, da geht bestimmt noch mehr. Oh, da ist was gelbes. Hier der Raum. Oh Gott. Gerade kriegen wir auf die Nase. Hatten wir eigentlich gleich wieder Abschneiden? Haben wir schon mal wieder Abschneiden? Eigentlich können wir noch schon wieder Punkte verteilen. Ah jo, vier Stück sogar. Die ganze Zeit könnte ich schon cooler sein, als ich es gerade bin. Ja, was muss ich denn? Ja, was muss ich denn? Und das denn? Ah, da ist noch was. Oh Gott. Ah, was bist du denn? Oh Gott. Ah. Das ist mir schade, dass wir nicht beim Laufen zaubern können. Okay, dann machen wir erstmal, außer Tab drücken, äh, dieses, das, das, da, da, der Helm ist gut. Er ist zumindest grün. Ähm, die Schuhe können wir jetzt anziehen. So, ich meine, auffrischend, gierig, manakul, ja, ne, kann man machen, muss man aber nicht. Ich meine, damit kriegen wir halt mehr Kristall, da weiß ich halt jetzt nicht. So. Wir gucken erstmal auf, was wir skillmäßig. machen können. So, skillmäßig. Ich denke mal, wir wollen unseren Skill hier auch hoch machen, ein bisschen. Und der steht auch unserer Mana wieder her. Was haben wir denn hier noch für einen Skill? Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Was können wir denn hier scannen? Erhört den Schaden bei kritischen Treffern? Okay. Alter, jetzt ist es aber mal gut hier. Äh, erhöht außerdem das Ausweichen. Okay, das ist, wenn wir Seelenwanderung machen. Dirt Mana. Fähigkeit, wenn Knochenkälte auf Feinde an. Was war denn das? Jetzt siehst du an, hört, als hätte er exploded. Da ist eine Kiste. Ähm, okay. Okay, nochmal zwei Punkte. Wir können ja auch verschiedene Sachen skillen scheinbar. Wir können ja auch hier einfach rein skillen und so. Wir sind gar nicht festgelegt auf irgendwas. Super cool. Können wir auch einfach hier die Sachen random skillen? Können wir das hier einfach nehmen? Ah, ne, wir brauchen 34 Ausweichen. Verstehe. Okay. Macht Sinn. Da brauchen wir einen neuen Ausweichen. Jetzt ist aber gut hier. Schnelles Einfrieren. Aber hier können wir noch eine Fähigkeit nehmen. Schädelbombe. Schwert großen gefrorene Schädel. Wirft ihn auf den Gegner. Hexa spricht Fluch. Ba, 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 ba. Oder hier. Hexafeuer zwei Frostsperre. Kegelförmig nach vorne. Die jeweils da, da. Und einer. Durchfälle hinzuzu. Hm. Die Bombe. Wie viel cooler. Und hat die denn? Steht das hier? Kann man ja auch wieder die Punkte zurücknehmen. Oh. Das ist ja jetzt dumm. Das wollte ich ja jetzt gar nicht. Jetzt müssen wir aufpassen. Einen Punkt haben wir noch. Was nehmen wir? Bombe? Steht da gar nicht, ob es Cooldown hat. Gelte. Aktive Fähigkeit Fluch. Hält die Frage. Ah, da ist die Abklingzeit. Hier steht gar keine Abklingzeit. Können wir einfach Bomben? Wir nehmen die einfach mal jetzt. Okay. Wie machen wir das? Wollen wir das auf die Eins? Okay. Also wir haben nicht unendlich Ranget. Aber der Radius scheint okay zu sein, I guess. Ah, aber wir verbrauchen halt Mana, ne? Das muss uns ja klar sein. Aber dafür macht es auch gut Schaden. Ja. Okay, damit machen wir unser Mana voll. Und mit dem hier verkleinern wir uns wieder. So, da ist ja schon der Hauptmann. Boah. Da liegt was. Da frisst ein Gegner. Das mit dem Hut ist mega nice. Das ist schon richtig cool. Scroll of Hagelschirm. So, schauen wir mal. Ich glaube, wir porten nochmal kurz weg. Weil hier gibt es hier wieder so viel Loot. Ich könnte einfach die mittlere Maustaste drücken, glaube ich. So. Ah, Fähigkeiten mal verteilen können wir bei dem Dude. Willkommen gleich. Ähm, schauen wir mal, was wir hier... Achso, wir wollen vielleicht erst mal gucken. Bevor wir jetzt alles verticken. Je weiter oben es ist, desto cooler ist es wahrscheinlich. Ich halte sofort Giftschaden auswärmern. Auch nicht schlecht, ne? Bonus-Kristaller, Bonus-Kristaller. Tangeffektivität. So, aber das mit dem Dings-Schaden ist halt auch nice. Mit dem Kettenschaden, Kettenblitz. Na, dann machen wir das mal weg. Ja, komm. Ja, dann sagen wir auch weg mal. Das hier haben wir also von Anfang an schon bekommen. Ich meine, gut, Erfahrung und so ist halt schon nice. Und mehr Kristalle und so. Hm. Macht halt schon Sinn. Sollen wir es mal anziehen einfach? Einfach, damit wir so ein bisschen... Komm, dann verticken wir das einfach hier. So. Mehr Erfahrung und mehr Guild. Guild regiert dort. So. Man will ja nichts verpassen. Deswegen muss man ja alles angrabeln. Weniger ist mehr. Warum? Was ist passiert? Mann. Was ist passiert? Nice. Da müsste ich jetzt eigentlich schnell zum Boss rennen. Standards-Kill macht halt schon so viel damage. Was gibt es so und so? Die Frage, kriegen wir jetzt alle Räume oder gehen wir einfach jetzt schnell zum Boss erstmal? Ich glaube, wir gehen mal zum Boss. Falls wir da jetzt einkommen. Ha. Meine erste Herausforderung. Wie spannend. Natürlich. Macht er erstmal zu. Du wagst es, deine Verdorbenheit in diese heiligen Hallen zu bringen? Du bist geräumt. Okay, cool. Okay. Hang, hang. Äh. Ja, da war ich jetzt halt nicht da. Also das mit zielen, das müssen wir echt üben, ja. Aber es ist kein Vorwurf. Du kannst gerne daneben hauen. Da bin ich jetzt ganz bei dir. Kommt mir auch zu Gute, bin ich ehrlich. Ja, ja, ja. Hat mal getraut. Halt. Wahrscheinlich sind wir am Morgen benutzt. Das wäre bitter. Ich halte jetzt noch eine große Klappe und dann... Oh ja, 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 Mann. Ich glaube, ich versuche es nicht mal. Danke. wir haben natürlich immer alles mit was man hat hat man ob die auf eine truhe hat die dann hier charakterübergreifend ist dass man oder accountübergreifend so dass man quasi auch diese tempelrittersachen und so dann verwursten kann das wäre cool neuer starb aber sehr gut zumal es ist er langsamer und nicht so gut der ist auf jeden Fall gut reduzierter schaden gegen schmerz vor der bodeneffekt ist ja jetzt nicht so geil alles bin ich ehrlich aha niemals zuvor ist jemand siegreich aus den quartieren zurückgekehrt du hast meinen test bestanden und es steht dir frei den tempel zu betreten danke und der hat mir schick gegeben ok damit die scheinbar zumindest wichtig ist immerhin hat sie unten einen text drauf mit teurie servit und deine tasche so damit gehen wir erst mal hier rein und gucken vielleicht noch mal rein aber das war jetzt der erste eindruck ich weiß nicht wie er es findet wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen aber das ist so so ein bisschen diablo like bisschen rpg viel loot viel loot kampfsystem müssen wir für uns vielleicht noch mal angucken was wie wo wenn man so ein bisschen späteres gameplay sieht ist auf jeden fall ziemlich cool finde ich guck mal ganz kurz moment portal damit wir nicht drauf gehen so dann momentchen mal schauen wir mal das spiel kostet im moment runter gesetzt 45 prozent 758 normalerweise 13 euro 79 und ich meine wenn man die art von spiel mag also die art von spiel mag also ARPGs sagen wir mal Diablo Torchlight Path of Exiles Titan Quest aber halt nicht unbedingt dieses Queste gebraucht sondern halt eher so killen, looten, spassern auf die fräse nicer pixel art style das ist ein gutes spiel ist deutsch also so 50 50 würde ich sagen kriegt glaube ich noch content hat DLCs hat ein paar klassen vier haben wir gesehen 3 4 5 mit der mechaniker bin mir nicht ganz sicher ja in diesem sinne bis zum nächsten mal krönchen figürchen da drüben die attrappen dann sage ich natürlich mit üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.